Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge von Alien Isolation. Ja, wir sind jetzt letzte Folge dem Alien begegnet, haben Exo getroffen, der dann aber doch leider vom Alien zerstückelt wurde. Nicht so angenehm. Und jetzt sind wir bei Six & Communications. Moin! Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Ach, okay. Ist gleich bei mir? Ja, ne, das geht mir aber dann nicht so. Das geht mir zu langsam. Wir wollen unser Schiff kontaktieren. Ein Ladungsweg, wunderschön. So, und nach einer kleinen Szene bin ich dann absolut blind, also danach weiß ich nicht mehr. Nachdem ich diese Syntheten da hinten getroffen habe. Was ist das hier? Cool, plant. Oh, den raum kann ich auch noch nicht. Auf uns rechen, wie es ist Verlass. Immer verfügbar. Immer ein Hilfsbereich. Immer für Sie da. Oh. Oh. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Hallo. Die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Oh, das ist ja nett. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Ja. Und ich glaube, den werden wir ja noch ganz schön brauchen. Oh, moin. Haben Sie sich verlaufen? Nein, kein Problem. Nein, kein Problem. Gut, der ist schrott. Dann brauchen wir jetzt hier einmal diese Tür da, damit wir da wegkommen. Und mehr weiß ich danach auch nicht. Türbebrückung. Okay, freigeben. Aha. Audio. Nee. Die Tür ist auch perfekt. So, ab jetzt bin ich blind. Also ab jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. Ja, dann ist er schön. Hier war ein Speicherpunkt. Ernsthaft? Oh, Mann, ey. Ich weiß halt nicht, ob der Bewegungsmelder auch das Alien anlockt. Oh, es ist geradeaus. Okay. Hä? Ist weg? Okay. Oh, was kommt hier raus? Komm, irgendwas Gutes brauchen wir mal. Oh, da ist eine CT. Seht ihr den? Da ist ein Speck. Oh, wunderschön. Und hier? Komm, da muss noch irgendwas Gutes drin sein. Komm schon. Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Noch eine Leuchtfackel. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? Drei Leuchtfackeln, ein Matkit, sechs Revolver. Können wir mal noch ein Matkit bauen? Werden wir bestimmt brauchen. Oh, jetzt haben wir die Blendkarnate ja nicht. Och, Mann. Ja, okay. Egal. Wo geht's denn da rein? Wo wird das denn hier? Das ist so eine Art... Oh, Alter. Knappe Kiste. Aber wir haben's geschafft. Und hält man nicht auf. Das hat die Batterien. Oh. Da haben wir noch eine Kiste. Perfekt. Was? Äh, ne. Geh mal ganz schnell weg hier. Okay, hier müssen wir rein. Ah, Comscontor. Perfekt. Wir treten in einem eingeschränkten Bereich. Ja, das weiß ich. Ne. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Warum nicht? Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sebastopol. Ach, vielen Dank. Es muss einen anderen Weg geben. Ah, okay. Dafür ist er in der Lüftungsschacht. Doch, Lüftungsschacht. Mein Gott. Obwohl ich da hier nicht rein wollte. Vielleicht gibt's halt keinen anderen Ausweg, ne? Hä? Kennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, na. Suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Ach, du Scheiße. Oh. Au. Oh, mein Gott. Was machst du denn? Was machst du denn? Hau. Nein. Ach, du Scheiße. Oh Gott, ich dachte, die wären freundlich. Da habe ich mich wohl geirrt. Okay. Also wir haben nur ein bisschen Revolver-Munition. Das ist natürlich nicht so gut. Da ist eine Kamera. Zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Ja, das könnte etwas schwierig werden. Glaube ich. Ich komme jetzt zum Aufzug. Das heißt, wartet mal. Wir können die Kamera ausmachen. Okay, jetzt kann ich das heißen. Da ist mein Ziel. Okay, Camps Control. Rufen wir mal den Aufzug. Hoffen wir mal, dass jetzt keiner kommt. Wir kommen schon. Ja, komm. Fahrst du mal hin. Ja, da kann ja auch jemand drin sein. Oh, wir haben es. Easy. Ich gehe extra nicht in die andere Räume, weil ich weiß, dass da irgendwas ist. Also nicht, dass sie denkt, hey, du hast was übersehen. Ich gehe da echt so nicht rein. Ja. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen Personal. Das ist okay. Wir müssen anscheinend... Das ist okay. Ja. Ich gehe da. Wir müssen anscheinend. Da oben müssen wir hin. Okay. Alles gut. Da kommen wir locker hin. Nee, kommen wir nicht. An den Syntheten vorbei. die sind rot ist nicht so gut habe ich gesehen ja da habe ich gesehen ja gut verdammt okay ja gut wir haben ein problem lasst mich durch die folgen das wir hier durch auf faktor ist ja noch einer was mit dem er jetzt haben ein problem mit geht mit geht mit geht ja kommt kommt alle hier rüber okay die sind nicht so dumm wie sie aussehen ach so scheiße was ich schon geil dass die kürze sich angucken weil wir hier weg müssen woher müssen wir ich denke mal woher müssen wir wir müssen darunter die kontaktieren ja okay das war's oh gott mein sind nicht hat kopfschule 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 müssen hier weg wir dürfen nicht sterben also schnell rennen und mit geht mit mit geht mit geht wir haben sie weggelockt das heißt wir haben kurze zeit okay 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 was muss ich drücken was muss ich drücken wartet wir müssen jetzt hoch hä okay da geht es doch da lang oder was hä what the fuck warte mal okay wir stehen jetzt hier das ist doch nicht wahr wie sollen wir das denn anstehen ich ich kriege mich nicht ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht nene nene bitte dass mich da durch auch es geht okay 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 kann ich hier irgendwas drücken irgendwas nee kann ich alles machen oh man ey okay da kann ich das machen das ist das ist ist da jemand wenn mich jemand hören kann wir brauchen hilfe ich wiederhole wir brauchen dringend wir haben es da ja ja sie leben rippley hier erzähle das ist rippley wir haben uns sorgen gemacht wir haben es geschafft wo sind sie wir sind jetzt bei einer transitstation direkt bei der krankenstation okay samuels passen sie auf es ist hier nicht sicher seaksen hat ja alles abgeriegelt ihre verdammten androiden töten menschen nicht möglich das widerspricht ihrer primären programmierung siegsten hat wohl andere vorstellungen von syntheten und hier ist noch etwas anderes eine kreatur sie ist groß und tödlich rippley jetzt mal langsam eine eine kreatur eine lebensform unbekannten typs eine art alien organismus äußerst gefährlich sie und taylor müssen sich rippley taylor ist verletzt sie wurde während der überfahrt von trümmern getroffen oh shit ich kann sie nicht bewegen ich brauche medizinische versorgung wir müssen die verletzung behandeln torrent das funkgerät ist hin ich erreiche valet nicht wir sind auf uns gestellt scheiße ok ich komm zu ihnen ich schicke ihnen eine transitgondel ja gut ja also ich glaub wir wissen jetzt oder kehren sie zu zemesterse zu ok ich muss jetzt zum transit oh fuck ja wie sollen wir denn hier durchkommen bitte einer geht da lang einer geht da lang das heißt ich kann mich vielleicht nicht hier durchschleichen verdammt aber wie ich weiß prägt der revolver gegen die nix ok warte mal ich muss äh da lang also wir müssen zurück zur müssen jetzt da rein da hoch ah ja würden sie zurück durch six and communications ok und da ist auch einer ach come on ich habe jetzt meine komplette money verballert und es hat den nicht gejuckt was ist das denn bitte habe ich auch gemerkt ok wir müssen jetzt da wieder hoch ah fuck alter wie soll ich das denn jetzt machen soll ich hier irgendwie geht das nicht oh speicherpunkt speichern warum habe ich die nicht gesehen oh tschüss bye bye die sind schnell die sind verdammt schnell noch exist äh 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 ja das ist natürlich blöd bitter jetzt wir müssen genau auf die andere Seite ob wir noch durchkommen weiß ich nicht hey das ist ja nicht wahr lassen sie mich hier durch dankeschön sie auch am besten ja durch da ja vielen dank kann ich jetzt eigentlich angegriffen werden ja kann ich ok die frage ist wie ich musste ja irgendwie los werden aber wie wie werde ich die los weil die folgen mir ja oh man ey das ist doch nicht wahr warte warte der wird mich jetzt hier hoch verfolgen genau aber während der mich verfolgt kann ich mich hier einfach einer der Schränke verstecken passt auf jetzt weiß ich bis der weg ist weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht nehm ich denn hier drin ne ich komme nicht mit denen mit definitiv nicht du kleiner Dreckskerl tschüssi tschüssi nein oh ja was im Fahrstuhl das geht was was aber der hier hochgekommen ist ok ok also wir müssen es irgendwie schaffen in den aufzug rein zu kommen das Problem ist natürlich dass die mich verfolgen und so deswegen ok also wir müssen die rechte Maustaste halten um die Atema zu halten uh wie kommen wir hier weg kopf schlitz also der rechtes maustaste und wund nicht durch nicht und tschüssi drei drück 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 und tschüss Alter. Meine Güte. Ich muss da hin? Wie, da oben ist ein Safepoint. Das ist natürlich jetzt belastend, ne? Oh, wobei, ich könnte richtig laufen. Ich laufe sogar richtig. Also jetzt hier lang. Durch den Lüftungsschacht muss ich. Okay, also jetzt durch den Lüftungsschacht. Genau. Ich muss ja nur zurück zum Transit, ne? Genau. Naja, doch, ich mache alles richtig. Ich dachte schon, ich bin komplett falsch. Okay. Jetzt müssen wir hier lang rechts. Okay. Wenn die Sabber kommt, da darf ich nicht reintreten. Ansonsten bin ich geliefert. Okay, da drin war ein Speicherpunkt. Bei der Reputation, Alter, ne? Da. Oh. Alter. Das ist schlimm hier. Okay, jetzt muss ich nach unten. Das Alien ist hier auf jeden Fall. Das hört man. Ach, Leute. Das muss ich den ganzen fucking Weg zurück. Und die sind täten, die sind ja immer noch Akku, ne? Oder bist du Akku? Das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, ich darf hier nicht durch die Sabber laufen. Ansonsten habe ich ein echtes Problem und ich bin tot. Ich komme da nicht vorbei. Oh Mann, ey. Ich habe das so extra auf Mittel gestellt. Habe ich denn noch irgendwas, um mir hier Medikits zu machen? Oh, ich habe sogar noch eins, ich vollidiot. Also jetzt komme ich vorbei. Alter. Das ist mega schlimm. Ich will es jetzt nur zu dem Transit schaffen. Gern den Typen, da kommt jetzt das E-Nier runter. Moin, ne, ich bin gar nicht hier. Ich weiß, dass es da sein sollte. Deswegen nehme ich auch einen kleinen Umweg. Ne, müssen wir nicht. Alles gut. Okay, ich muss jetzt da rum. Nein! Warte, komm. Lass mich durch, du vollidiot. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin schon richtig, ich bin schon richtig, okay. Willst du nicht? Ah ja, ich habe ein paar Sontäten am Halt, ja wunderbar. Besser kann es ja gar nicht laufen. Warte mal, also ich muss jetzt, warte, wenn ich hochgehe. Also ich komme jetzt da raus, muss dann nach rechts. So, warte, jetzt muss ich dann genau die Treppe hoch. Nein, müssen wir nicht, lass mich in Ruhe, du vollidiot. So, und jetzt muss ich da gerade aus und irgendwie... Irgendwie... Nee, werde ich nicht. Tschüss. Bobby. Ich bin genau da. Alter. Ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist, das selber zu spielen, Junge. Da kann man sich so wirklich denken, man wird gleich... Nehmen Sie den Transit. Runter. Oh, da muss ich hin. Oh, fuck! Das ist direkt über uns. Alter, das ist ja nicht so was denn hier. Ich versuche da schon so wenig wie möglich zu sterben. Ach, alles gut hier. Geht zum Transit. Und da gibt es einen Safe Point. Wir schaffen das noch. Puh, danach mache ich aber auch erstmal eine Pause, weil ich meine, wir haben jetzt gerade drei Folgen am Stück. Speicherpunkt, 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 komm her, speichern! Oh, nein! Haltestelle für SIX und Kommunikation. Ja, sei ruhig, sei ruhig, bin ich richtig? SIX-Tree ist so ein Schmiedturm. Oh, wir sind sogar direkt richtig. Und Gemini Exos-Leading Solutions. Oh, wir haben es geschafft, wieder. Okay, dann würde ich es damit erstmal sagen. Vielen, dass ihr eingeschalten habt. Für eine, nochmal, echt spannende Folge. Alien Isolation. Und das wäre es auch mit der dritten Folge. Macht's gut. Und ciao. Eure Red Gamer.